Hallo Fans, heute mal ein LEB TV in der besonderen Art. Wir sind nämlich heute hier im Aquis Plaza beim Promotion Stand der Stabak. Und was ihr gleich zu sehen bekommt sind Ausschnitte und Impressionen von der Autogrammstunde und von den lustigen Aufnahmen in der Fotobox, wo sich unsere Fans mit den Ladies haben ablichten lassen. Und welche vier Ladies das waren, das seht ihr selber. Viel Spaß dabei. Ich begrüße auch ganz herzlich die Leiterin Unternehmenskommunikation der Stabak-EV-Busselnir und sage Dankeschön für die Einladung, dass wir die Einbestimmung dabei sein dürfen bei ihrem Promotion-Tag hier im Aquis Plaza. Und aus Cannes vorne Kimi Hunze. Und ich bitte mal die Nika auf die Bühne. Nika Darerot. Gibt's ja keinen Applaus, doch, ne, wenn die Applaus kommt. Ich möchte, dass abgelöst wird von Nicole Aude Lütikheis. Hallo Nicole. Hallo. Und wir begrüßen jemand aus der Niederlande. Hallo Tessa. Tessa Polder. Wir begrüßen ganz herzlich jetzt die Center-Leiterin vom Aquis Plaza, Katrin Leitmann. Hallo. Und Eva Wüssing, die ich eben schon... Moment, nicht kreuzen. Kreuzen? Die ich eben schon mitmüsst habe. Das sieht ja lustig aus. Okay. Ich bin schon mitgegen. Und ich bin kein Mensch. Stabak! Stabak! Eva Wissing! Und die Spielerinnen im Hintergrund von links nach rechts Kimi Witzing, Tessa Polder, Nika Dagerock und Nicole Aude Wittigheuss! Danke, all of you! Great! I hope, we hope, the first game will be the best one and then the next one will be better and better and better and we say thank you to all of you, kisses, hugs, everything! It was a pleasure for us to have you here in Drs. Polder. Thank you, ladies and gentlemen!